hallo und herzlich willkommen auf dem kanal pokesynik mein name ist jarek schön dass du eingeschaltet hast dieses video ist ein kleines teaser video und richtet sich in allererster linie an alle neun die diesen kanal noch nicht kennen und zum ersten mal eingeschaltet haben und zwar wird es bei uns auf dem kanal in kürze ein mega cooles community event geben und zwar werden wir kommenden samstag ein xxx break machen und zwar habt ihr die möglichkeit booster von der edition sonne und nacht in flammen zu erwerben und diese booster mache ich live für euch im stream auf und wir werden nicht nur 36 booster aufmachen und wir werden auch nicht 72 booster aufmachen nein wir werden sogar 108 booster aufmachen das dritte display passt leider nicht in die kamera aber ich das reicht zur verdeutlichung für diesen break das ist der dritte break auf dem kanal den wir machen habe ich noch eine überraschung und zwar bekommen alle die dabei waren eine kleine überraschung das heißt wenn du ein booster gekauft hast bei mir dann gebe ich dir mal einen kleinen hinweis du wirst etwas als kleines giveaway bekommen was damit zu tun hat beziehungsweise damit was genau das erfährst im stream und gleichzeitig werden wir auch farben schock booster verschenken im moment wir haben ja gesagt reisen zu viel wir haben noch ein paar booster farben schock hier rum fliegen also ich weiß nicht 123 haben wir noch und ich denke mal so 2345 booster werden wir im stream verschenken und wir werden nicht nur booster verschenken sondern wir werden auch einzelkarten verschenken und wie das genau aussieht lasst euch überraschen dafür einfach einschalten ich verlinke euch hier oben den stream und es wird krass es wird krass letztes mal haben wir ich weiß nicht pokémon karten und booster im wert von fast 100 euro verschenkt und mal gucken wie viel es diesmal sein wird ich mache das auch ein bisschen davon abhängig wie viele zuschauer wir haben und wenn du wissen willst wie so ein boxwerk bei uns auf dem kanal aussieht und wie du mitmachen kannst dann check einfach unten die video beschreibung da habe ich dir unseren letzten box break verlinkt und da kannst du einfach mal gucken wie das abläuft ich darauf vorbereiten und mir ansonsten würde ich einfach sagen vielen dank fürs einschalten und ja komm ich gebe einen kleinen hinweis gebe ich noch und zwar kriegt jeder teilnehmer vielleicht gratis karten vielleicht aber wie gesagt lasst mich überraschen ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen und bis ja bis zum box break okay eigentlich habe ich mich schon verabschiedet aber ich habe eine sache vergessen die ich euch unbedingt noch mitgeben wollte und zwar wenn ihr neu seid auf dem kanal und noch keine vorbestellung getätigt habt etc dann lohnt es sich vielleicht beim box break dabei zu sein denn ich werde zwischendurch im box break vielleicht am ende vielleicht davor irgendwann werde ich ein promocode posten irgendwo hier unten oder ich würde sagen und dieser promocode ist dann für den online shop pokesynik ja quasi freigeschaltet aber das nur in einer bestimmten zeit das heißt du hast dann in der zeit möglichkeiten für das set kampfstile da habe ich ja zum beispiel hier euch mal gezeichnet so sieht das in japan aus falschrum sorry da könnt ihr sozusagen dann ja die kampfstile die im märz kommen noch mal vorbestellen und ich kriegte einen kleinen rabatt oder ein kleines geschenk was genau überlege ich mir noch aber es wird auf jeden fall mega gut werden denke ich mal das heißt einschalten lohnt sich und jetzt sage ich wirklich ciao